Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Ja, heute möchten wir endlich den Strom auch verlegen. Wir haben ja sozusagen die Vorbereitung beim letzten Mal gemacht. Und jetzt wollen wir definitiv den Rest machen. Damit endlich das alles soweit schon mal vorbereitet ist. So, wir haben da oben auf jeden Fall unseren Medium Voltage Battery Buffer. Da sind auch alle Batterien drin und voll. Und das habe ich total super gemacht, dass ich mich jetzt schon nach oben gebastelt habe. Nicht auch mal vergessen habe, alles mitzunehmen. So, mal als nächstes machen wir jetzt dann den Medium Voltage Battery Buffer. Ich brauche jetzt im Rucksack einen Soft Millet, den ich nicht dabei habe. So, wir müssen das Ding nämlich umdrehen, weil wir müssen sehr hoch switchen. Wir möchten ja, dass er aus MV HV macht. Es wird jetzt mal demnächst mal anfangen mir den Adventist Backpack zu machen. kann ich nämlich Werkzeuge reinlegen und es dann durch wechseln, weil ich brauche immer Wrench, Wirecutter und Screwdriver und das kannst du halt dann gut damit managen. So, sind wir zu weit drinnen, vor lauter Freude. Heißt das jetzt, 1, 2, 3, so, Medium Voltage Transformer. Die Dose nach unten, nicken, neulich doch nach oben, können wir mal aufmachen. So, der ist jetzt auch geswitcht wie der, das laugt das Lämpchen an und wenn man es drauf startet, geht es da 128, 4 Ampere zu 512, 1 Ampere. Genau, das ist jetzt das, was wir ja wollten. Jetzt haben wir es sozusagen oben, mal das Richtige dran. Also muss ich nur dran denken, ich glaube ich will auch noch eine Decke drin haben, irgendwann. Dann machen wir es so und dann kommt jetzt der High Voltage Battery Buffer so dran. Der gesneakt, dass er sich auch verbindet. Jetzt kommen die 5 Batterien rein und wir müssen warten, bis die es laufen anfangen. Dann haben wir nämlich alles richtig gemacht, wenn jetzt die sich sozusagen laden. Bitte warten, please hold the line. Ich hoffe, dass ich das Kabel oben auch angeschlossen habe. Ich laufe nochmal hoch. Lieber einmal zu viel geguckt, ne, als einmal zu wenig. Ja, aber die Batterien werden leer. Das dauert halt wirklich mittlerweile ewig. Jawohl. Naja, und jetzt können dann 1,6 Millionen EU in jede Batterie fließen. Und wie gesagt, wenn die irgendwann voll ist, beziehungsweise halb voll, die mir auch mal reichen, dann werden auf jeden Fall es dann auch irgendwann so laufen, dass dann hier draußen sozusagen Verzweigungen entstehen werden. Sozusagen eine hier. Erstmal. Ja, ob dann hier drüben auch noch eine entstehen wird, werden wir sehen. Ja. So, und jetzt bin ich gerade beim Überlegen, aber ich glaube, ich werde den doch switchen. Äh, das heißt, ich brauche den Rang, habe ich. Genau, kommst du da hin. Dann drehen wir dich hier. So, und jetzt heißt es dann 1,2,3. Bin ich gerade beim Überlegen, Moment, jetzt muss ich gucken drüben. Ähm... Beim Strom muss ich hier hin. Okay. Dann hätte ich gesagt, dann will ich definitiv auch hier rauskommen. Also muss ich noch die auch wegmachen. Was passiert jetzt hier? So, 1,2. Glaube ich verliere nichts. Das ist ja der Schöne am Kabel, aber das ist halt das, was ich vorhin gemeint habe. Der Nachteil ist halt, ich brauche halt mittlerweile drei Werkzeuge und das halt durchgehend weg. Aber wie gesagt, das ist ja das Hauptkabel. Wie gesagt, wenn man dann mal richtig viel Lithium haben, wird es passieren, dass, äh, sozusagen hier, noch mal ein, äh, Battery Buffer drin sein wird. Der dann die Verteilung hier draußen macht. Jetzt bin ich gerade beim Überlegen, haue ich jetzt mir... Ja, eigentlich gehört jetzt dann hier der HV hin, aber ich brauche keinen, momentan keinen Zweiten, weil ich will das ganze, äh, Zeug nicht verbrauchen. Aber mir fällt gerade was anders ein. Ich brauche noch Battery Buffer. So, das heißt jetzt für, äh, für mich jetzt erst einmal, der kommt Erde hin. Weil ich den hier jetzt anschließe. Erstmal. Er kommt dann gleich sozusagen hinter die Wand. Und dann kann der angeschlossen werden. So, Steckdose, ne? Klar. Und diesmal wird es nicht umgewandelt, sondern soll er bitte ja aus den 500, 12, 128 Ampere machen. Und ich bin ein lustiger Kerl. Ich habe den zu früh gebaut. Also zu früh gesetzt. Äh, gib mir mal bitte noch mal Kabel. Es sind ja noch nicht drin. Also hier soll der Battery Buffer hin. So, Steckdose ist richtig. Jetzt verbinden. So, und ab jetzt heißt es, wir haben, ja, ab hier MV. So, dann heißt es jetzt für mich, erstens mit dem Kabel kann ich jetzt nichts mehr anfangen. Ich brauche das andere. Ich brauche jetzt das MV-Kabel. Wo ich jetzt hochgehe. Da oder da. Oh, schon wieder dunkel. Das Problem ist jetzt halt momentan noch, dass ich, äh, ja, noch keinen Benzin-Zugang habe. Das heißt, äh, die werden jetzt irgendwann alle schön brav leerlaufen. Das heißt, wir müssen das auch noch machen. Äh, habe ich, habe ich ein paar Zellen einstecken? Nein. Das heißt, wir müssen jetzt auch noch gleich nochmal ein Stack Zellen machen. Okay. Ja, muss ich, weil, äh, ich muss, ich darf da keine Flüssigkeit reinlaufen lassen, sondern ich muss Zellen reinmachen. Okay. Das heißt, das haben wir schon mal das. Kommt da jetzt ein bisschen Dirt rein. So, dann brauche ich jetzt als nächstes nochmal achtmal Stahl. Und ich muss schon sagen, eins, wow, ich habe momentan alles verbraten. Da muss ich mir doch selber gleich beglückwünschen. Das ist auch Copper Wire. Jetzt bin ich gerade beim überlegen, also ist ja doch ich hau da gleich, ich hau da auch noch gleich einen großen rein. Dann weg. Hier brauche ich auch noch 32. Muss reichen. Jetzt zwei oder vier? Ich habe nur zwei. Dann reicht es nicht. Haha. Nur die Frage, brauche ich vielleicht überhaupt keinen? Ja, 16 ist eigentlich ein bisschen übertrieben, ne? Ja, mir reicht ein Achter. Dann reicht das Kabel da draußen. Passt. So, ich habe jetzt schon mal meinen Stahl. Dann haben wir das Alu. Das heißt, ich muss jetzt noch mal rüber und ein Stack Benzin durchlaufen lassen. Ich brauche Poly. ich muss jetzt sozusagen Battery Buffer MV machen, Battery Buffer LV. Wobei LV könnte ich sogar noch haben. Muss ich nochmal gucken. Und dann muss ich mir auch noch überlegen, ob ich den Tank da oben lasse oder ob ich den Tank nach unten verfracht. Was eigentlich meiner Meinung nach sehr viel Sinn machen würde. Das heißt, ich muss den auch noch entleeren und unten dann sozusagen Verkabelung noch legen. Und dasselbe muss ich ja auch noch machen nach drüben. Weil wir brauchen ja auch Benzin drüben, weil sonst wird es auch witzig. Ja, das ist jetzt, das wird ultra witzig. Habe ich noch Rough Iron da? Habe ich. So, dann nehme ich da jetzt 8 raus. Mal es die rein und ziehe mir wieder ins Deck. Ziehe mir Oxy. Okay. So, dann heißt es jetzt, Rough rein. Ah, Oxy ist noch drin. So, und das eine Oxy war nicht mehr. Ach so, ne, nicht eins. Das waren sieben. Sieben. Und dann schauen wir mal, ob wir jetzt in der Kiste noch Battery Buffer rumfliegen haben. Ja, Low Voltage Battery Buffer 9 Slots. Reicht mir. wie gesagt, wie gesagt, ich muss momentan sparen, wo es geht. So, das kommt schon mal raus. Das packe ich jetzt erst mal hier. Mir egal. So, da haben wir nochmal drei Zellen. Da hauen wir auch gleich 8 mal Oxy rein. Okay. Braucht ihr bitte zwei Stück, wenn es geht. Dankeschön. So, Stahlplatten kann ich wieder reinhauen, aber Alu-Platten brauche ich definitiv. Okay. Dann brauche ich Copper Wire. Ich hoffe, dass ich noch zwei habe. Jawohl. Also nur noch eins, aber ich glaube, ich habe noch Kupfer drüben. Drin. Da kommen zwei rein. Der passend. Machen wir jetzt wieder kleiner. Und das Schöne ist, wenn man das so macht, hat man 8er. Inhalt. Kiste. Ich möchte hier Strom speichern. Ich lichte den Strom in die Kiste ab. Nicht in Spuren oder so. Okay. Also. Das heißt, ich bin ja jetzt schon hier und gehe schon hier auf aber ich weiß, ich komme jetzt dann hier ne, ich komme hier an. Dann mache ich dich schon mal hier hin. Ja. Und ich bin jetzt schon beim Überlegen, aber ich werde schon mal mit MV-Kabeln entlang gehen. Wobei ich mir nicht sicher sein kann, ob ich so viele MV-Kabel überhaupt habe. Ich nehme jetzt auf jeden Fall erst mal so viele MV-Kabel, wie ich habe. Ich weiß, ich muss noch dann Kopro-Nickel-Wire produzieren. Kopro-Nickel-Wire. Habe ich nicht gesagt. Ich habe natürlich Anulated-Copro-Wire gemeint. Verwird es mehr. Verwird die Pixel. Ja. Jetzt das heißt. Verwird es. Redstone-Aloy-Kabel. Das werde ich auf jeden Fall auch brauchen. Naja, das ist jetzt halt mein großes Problem. Ich bauche jetzt halt alles. Anulated-Copro-Wire habe ich noch da. Nur das Problem ist halt, dass ich eigentlich viel zu wenig Kabel habe. Strom und alles Mögliche. Ich weiß, es nervt. Nervt mich selber. Da habe ich ausgerechnet. Ich habe mich doch wieder um einen verzählt. Nö, ist wurscht. So, ähm, halt. Also ich muss jetzt erst mal das Kabel rüber tragen, dass ich wieder ein wenig Platz kriege. Da kommt das Kabel hin. Ja, das muss ich mir halt ähm, schön brav überlegen. Der Achter muss auf jeden Fall raus. Das kommt auch raus. Du kommst rein. So, dann kommt hier Kupfer rein. Um das der rum, jammert immer wieder, weiß ich nicht. Achso, das verbraucht gerade so viel Strom. Achso. Distillery. Ein heiliges Kanonenrohr. Es seufzt mich weg. Es steht zwar nicht warum, aber es ist halt so. Habe ich jetzt noch Anulated Copper Wire? Ja, 32 kriege ich noch hin. Ich werde jetzt gleich wieder innen rumstehen. Es wird rötlich. Rötlich bis tödlich. Können wir mal für Circuit 24 und das Ding auch wieder mit. So, du kommst da hin. Da rein. Auch. Ja, die fressen ganz schön viel. Wahnsinn. Ah, mein größtes Problem ist momentan kein Oxy. Auch noch was drin? Boah, ja, dann kann ich es gleich da nehmen. Ja, 4-3. Macht euch gemütlich. Jetzt 2-3. Stopp. Ich hoffe, dass die Zombies und die Skelette das jetzt nicht gerade als Einladung müssen die gleich reinkommen und sich am Tisch hocken. Komm mal her. Wir gehen mal auf den Tisch. Wir gibt es was zum Essen. Ja, was denn? Ja, dich. Und dann schon mal das auf jeden Fall. Ja, das Problem ist halt dieses Redstone Alloy Kabel. Und ich hoffe, dass der schon so schnell war, dass er schon das durchgibt. Ja, hat er. Graf. Komm mal hier rein. Mein Stahl ist durch. Dann kommst du wieder dahin. Noch mal wenigstens da ein bisschen was. Hätte gesagt, machen wir mal acht Stück. Tausend habe ich noch drin. Also das heißt, ich brauche jetzt noch sieben. Sehr schön. Und rein. Und rein. Also ist die Frage. Aber das ist der Wahnsinn. Also da hängen jetzt acht Stück dran. Wenn Poli läuft, wenn Poli läuft, kriegen sie die nicht gebacken. Der ist auszugleichen. Respekt. Einfach nur Respekt. Poli kommt da hin. Haben wir da auch wieder ein bisschen was. Und jetzt machen wir das mal so. Vielleicht reicht's. Hier dürfte eigentlich nichts laufen. Also die sind voll. Also die sind voll. Die sind voll. Die sind voll. Da ist ein kleines Nadelöhr. Dann muss ich ja nur zu der kleinen Kiste da laufen. Die ist voll. Ah, die sind nicht voll. Die sind auch fast leer. So, das heißt, jetzt haben wir schon mal 12 Anulated Cobra Cable, was ich verpatzen kann. Also wir hoffen, dass da noch genügend Red Alloy dabei ist. Dann fahren wir schon mal. 6. Gehen noch 2. Dann haben wir hier Kupferkabel. Kupferprodukte kommen da hin. Ja, bei mir wird es das Problem halt sein, dass das definitiv nicht reichen wird. Ich habe jetzt gerade mal einen einzigen hinbekommen. Und ich brauche halt davon dann am meisten, weil das muss ja dann irgendwann meine ganzen Maschinen das machen. Aber es wäre halt schon mal schön, wenn wenigstens ja, ne, es wird nicht, es geht nicht. Es geht wirklich nicht. Verdammt. Tschüss. Tschüss. Aber man muss bei Spinnen aufpassen. Ich muss immer mehr ausleuchten. Aber es wird ja besser. Man sieht es ja, ne? Also durch die Umrandungen leuchte ich immer mehr aus. Wie gesagt, Lage ist jetzt dann demnächst das Mal das Nächste, was ich noch ausleuchten will. Juhu! Au! Ja, ja, nein, 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 nein. Ich möchte dich ja trinken, danke. Wo hat sich die hingebeamt, ne? Ach, das Witter-Effekt. Na, danke. Und Poison. Dazu. Ich hatte diesen Effekt. Hattest du schon mal gesagt? Ja. Na, solange die nicht hier drin ist. Mir ist es wurscht. Kann er sich ja wieder aufladen, der Kleine. So. Letzt du ein Alloy. Drei Kabel. Eins Tage ist, komme ich raus, dann gibt es die restlichen Schellen. Ja. Hier rede ich. Brauchst gar nicht zu lachen. Oh. Oh. Letzt down Alloy. Drei Kabel. Ein. Hätt er gesagt, ich kann es nur anzeichnen. Leider. Ich werde es leider nicht in der Folge schaffen, alles zu machen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich hätte mal gesagt, ich mache mal 16 Stück. Okay, die sind voll. Ist das wurscht. Von rein. Weil da muss ich nämlich auch richtig Massen herstellen. 16. 16. Dann darfst du da rein. Weg. Die verschwinden schon. Ich weiß es schon nicht mehr. Außen Augen, außen Sinn. So, aber da bin ich ja auch schon beim Kabelherstellen. Und Wetterleubeier muss ich auch noch herstellen. Okay. Das heißt, ich gehe auf jeden Fall hin. Und schmeiße da auf jeden Fall nochmal ins Deck rein. und ab durch die Wire. Da mache ich jetzt erst mal ein wenig provisorisch. Habe ich noch, habe ich noch, anderledet? Nein. Passt nicht mehr. Drei Stück. Das liegt bei mir. Da habe ich jetzt vierer. Da habe ich jetzt Kupferkabel. Das ist Kupferkabel. Ist egal. Okay. Jetzt ist ja schon mal die Frage, wie viele Batterien habe ich überhaupt noch? Völlstück. Also das heißt, ich brauche ja schon mal acht. Und für den kleinen Battery Buffer, die acht Batterien. Die habe ich noch hier. Ja, der Wahnsinn ist halt, wie langsam das der halt braucht, um wieder sein Leben zu generieren. Wir haben gerade mal, ich glaube, drei hat es geschafft. Respekt. Müsste ich mal anfangen, die Ingredienzien zu sammeln, um den um die Healing Axe zu bauen. So. Alter. Kommst du jetzt da rein? Heißt jetzt für mich. Ich muss auf jeden Fall lasse ich mich überlegen. Ich glaube, ich gehe noch bis ganz runter. Oder lasse ich den so? Ich glaube, ich lasse den so. Und du bist auch, genau, du bist jetzt der andere Battery Buffer. Eins, zwei, drei. Ja, dann heißt es eigentlich für mich, Mist, ich müsste auf jeden Fall nochmal einen Battery Buffer bauen. und ein Red Alloy Wire, dass ich noch einen runtergehe. Jetzt müssen wir auch gleich sehen, wie viel Kabel das wir noch haben. Batterien werden geladen. Okay, also, das heißt jetzt für mich, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Also, ich brauche noch elf mal MV-Kabel. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf und 13 mal MV-Kabel. Elf mal und 13 mal. Wie gesagt, irgendwann kommt da noch ein zweiter Battery Buffer noch dazu, der wo dann sozusagen die hinteren Abteilungen gespart. Wie gesagt, dass wir noch, da werden noch viele reinkommen mit dem Verteiler. Das wird peu peu ausgebaut. Ja, ne, der ist noch drüber, der ist aber noch nicht fertig. Mal gleich mal die 15. Der ist da noch nicht fertig. So, da haben wir schon mal 64. mal da schon mal die ersten acht. Elf. 9, 10, 11. Was wir dazu nicht so einfach gemacht. Ja, so bläufst du mal durch. So, und dann müssen wir mal hoffen, dass der andere nur das noch geschafft hat. Problem wird nur sein, das sind am Red Alloy, das ist viel zu wenig. Da muss ich also noch ein paar, ein paar Mal laufen lassen. Anulated Copper. Copper Anulated. Du bist auch Anulated. Ich schaue jetzt drüben aus mit dem Strom. Einwand frei. Da ist gleich für mich Oxy. Davon den nächsten 16. Und laufen lassen. Muss ich jetzt die ganze Zeit machen. Dass das alles sauber dann sozusagen verlegt ist. Sehr schön. Kann man nicht alles verballert. Acht. Hat mal drei Stück. Das ist ja. Kein Witz. Das heißt, das waren gerade mal vier. Achso, ja. Ja. Hallert ihr Waldweh. So, aber das wird mir erreichen, wenn ich wenigstens schon mal einen Anschluss und wie gesagt, ich habe das gesehen und wie gesagt, ich werde dann peu a peu die Kabel dann auch nach drüben verlegen, dass ich halt auch den hinteren Teil mit Strom versorge und vielleicht noch den Tank irgendwann nach unten setzen und ich muss noch die ganzen Einhebpals auch noch verlegen. Haha. Das wird lustig. Ja, okay. Aber ich kann sie momentan dann auch noch mit der Hand tragen. Also das wäre jetzt auch kein Problem. So, also da habe ich ja gesagt, da muss ich auf jeden Fall noch einen reinmachen. So. Dann habe ich jetzt hier, ha, sogar einen zu viel. Also fürs Erste. Wie gesagt, der kommt ja irgendwann da hin und dann der andere da hin. Aber ich habe gesagt, der eine muss jetzt halt momentan beides versorgen und ich habe sogar zwei zu viel. So, weil wir jetzt ja als allererstes nochmal hin da setzen. So, jetzt wird der Runde transformiert von 128 auf 32. Da kommt der hinten dran. Batterien brauche ich auch noch. So, eins, zwei, drei. Ich brauche noch ein Kabel. Produziere wir schon. Ja, das ist das wenigste Problem jetzt erstmal sein. Wie gesagt, ich gehe halt so nah oder so weit wie möglich dann irgendwann weg, dass ich dann sage, okay, ich habe jetzt da meinen Verteiler von MV auf LV. Lieber splitte ich das öfters auf. Weil ich möchte ja sozusagen das dann so haben, dass das halt dann, ja, die Red Alloyer werden, weil die ja sozusagen keinen Stromverlust mehr haben. in der Zeit kann ich jetzt aber noch das Kabel mal wieder da lassen. Das heißt jetzt für mich, du kommst da rein. den Rucksack kommt jetzt erstmal der Pinsel. Pumpe, die brauche ich auch nicht. dann fülle ich gleich mal mit Oxy. Fülle ich hier rein. Da ist das Red Alloy Wire oder Redstone Alloy Wire. Redstone Alloy Wire. Drei Achter habe ich noch. Da rein. Diese zwei haben einen Supervorteil jetzt für mich noch. Und dadurch, dass das jetzt zwei sind, kann ich jetzt sozusagen für mich jetzt auch gleich markieren, wo ich denn dann rübergehe oder rüber muss. Wie gesagt, ich muss mir halt noch was überlegen, wie ich das halt insgesamt energietechnisch aufbaue. Weil ich zum Beispiel, ich muss ja auch teilweise mit Splittern arbeiten, weil, wenn ich jetzt halt nicht genügend Strom habe, was ich am Anfang definitiv eher nicht habe, also sozusagen, dass die Stromversorgung die ganze Zeit voll bei 100% läuft, dann muss ich ja für mich sozusagen erst mal ja, das halt so legen, dass ich da, oder das irgendwann so legen, dass da halt alles dann mit rechten Dingen zugehen wird. So, okay, der wird momentan nicht gepowert. Connected, connected. immer, ah, ja, kann ich gehen. Wenn man wieder top, top die Werte gilt. Ja, ganz toll. Ein bisschen wieder Mut im Hirn. Ich habe extra Platz geschaffen, um Batterien zu nehmen. Habt ihr gesehen, wo ich die Batterien gelassen habe? Richtig, in der Kiste. und da rüste ich jetzt gleich den nächsten 16 aus. Ah, den muss er gleich machen. heißt, das sind jetzt acht. Wenn er gerade mal, glaube ich, vier oder so, oder nur zwei. Aber wir werden es gleich wissen. So. Batterien. vier, sechs, sieben, acht. Perfekt. Und jetzt, wenn ich die dann reinschmeißen, müsste er eigentlich komplett, was heißt komplett, er müsste auf jeden Fall die eine Maschine zum Laufen kriegen. Das wäre ja super, das wäre schon mal super, das wäre die halbe Mitte. Und dann wird es für mich eigentlich nur noch heißen, ich muss, um das zum Laufen zu kriegen, eigentlich nur noch da hingehen und die Maschine, also das Kabel hier rüber verlegen. Okay, ich weiß, ich muss dann noch irgendwann die Pipe, äh, das Pipe-Ding machen. Das machen wir dann hoffentlich alles beim nächsten Mal dann. Das hat man halt momentan nur mit der Hand schöpfen. Ja, die Batterie wird geladen, das heißt, wir haben auf jeden Fall hier schon mal sicher den Strom. Da würde ich ihn hier vor allem brauchen, aber ist egal. Aber dann schließe ich auch, äh, offline an. Funktioniert hat's, je nach das, also es ist für mich nur noch Red Alloy Wire, herstellen wie ein kleines, äh, Kabelmännchen, Kabelbinder. Und dann geht ab die Luzzi und wir freuen uns wie ein Keks auf, äh, Redstone Alloy. Ja, da kommen gerade mal zwei raus. Aber ich brauche halt jetzt noch, 13 habe ich gesagt, das war der eine, das war dann jetzt dann noch 12. Das heißt doch 10. Ja, das heißt, ich habe im EBF auf jeden Fall noch zwei Durchläufe. Da freue ich mich, die Bolle. Jawohl. Ja, aber, wir haben auf jeden Fall schon mal den Strom, so weit, dass er drüben angekommen ist. Wir haben, äh, leider die Pipes noch nicht verlegt. Richtig hoff. Ja, dadurch, dass wir als Stahlmangel auch noch hatten, dass wir genügend Stahlpipes, ähm, erstellen. Immer gleich 16 Stück. Heißt du noch rein? Lassen wir sozusagen auch gleich wissen, was wir in der nächsten Folge machen wollen. So, 32 Stück. Das nenne ich Hurtig. Gut. Dann, äh, wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß mit den weiteren Videos, die wohl euch gerade angezeigt werden. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst euch einen Daumen nach oben da, würde ich mich darüber freuen und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.